Hoi, du bist gedacht Leute, der Hund hier. Irgendwo in der Nähe bergabend bleiben, aus mir noch. Frag mich nicht, was ich hier gemacht habe. Es ist ein E-Cognito gespawnt, unknown. Das zweite ist ein Gen-2-Tier in München. Das erste habe ich verpasst, weil irgendwann in der Nacht zwei Kumpel von mir haben den, aber jetzt zufällig in der Nähe. Eine Stunde spawnen, also hätte ich vielleicht auch so erwischt von so aus, keine Ahnung, aber jetzt war ich eine Viertelstunde. Richtig saftig. Dadurch gibt es eine neue Medaille für mich. 28 Inkognitos und so selten wie die spawnen wird es, glaube ich, schwierig sein. Wir sehen uns beim E-Cognito. Krass, richtig schön. Überleblich. Krass, mega. Wir fahren jetzt schon unterwegs. Das ist unser erstes Flugzeug. Oh mein Gott, das ist schon auf Sightings. Ich klicke mal drauf. Da vorne. Oh ey, da wohne im Panzergon. Das habe ich noch nicht. Krass, den schnapp ich mir noch für unterwegs. Kann man sich schon mitnehmen. Wie viel Gliedradzeit. Eine Stunde spawnen. Echt krass. Eigentlich müsste da jeder aus München hinlaufen. Wenn ich die anderen da nicht sehe. Alles klar Panzergon. Giss nicht hin. Mein Gott, ist da vorne ein Zaun. Shit, ich komme da glaube ich nicht durch. Fuck. Okay, falscher Alarm. Man kommt doch durch. Mein Gott, wo ist der? Ich spawne da. Ich muss ein bisschen weiter nach rechts. Ich entferne mich hier bei mir. Oh Gott, ich leide. Oh mein Gott, das ist ja... Ich habe den Baustell hier einslaut. Ich habe den Baustell hier einslaut. Mit dem ich den gefangen habe. Müsste ich eine. Ja, hier ist sie. Eins von 26. Icognito-Medaille. Ihr wisst, ich bin ein krasser Medaillenjäger. Das heißt, die wird richtig leidend. Ich chill hier noch eine Weile. Schau, wer noch alles kommt. Und dann schauen wir mal, was ich sonst so drehen werde für den Tag. Spontan, Digga. Ich wünsche dir. Ich kann das nicht. Aber Arbeit und so, weißt du. Leider nicht. Warte, ich bin zu vorn. Hier oder wo? Ja. Ich steig einfach in sein Auto und dann fahren wir. Warte, Frau. Achso, wie du willst es? Ja, genau. Auf gehts. Krasse Jäger. Aber ich bin genauso verrückt. Ich steck jetzt auf ein. Auf dem Navi-Kopf. Dann schauen wir mal. Für drei Leute, oder was? Ja. Du lockst dich dann immer aus. Okay, mein Spiel geht nicht. Wie lange ist es noch da? Zwei Minuten. Drei Minuten. Nee, 26 irgendwas. Zwei Minuten. Mein Spiel geht nicht. Mein Gott, Milo. Dimmys Geist ist da. Was ist los? Brauchst du Hotspot? Nee, es liegt nicht im Netz. Es liegt im Game. Das passiert manchmal. Okay, jetzt hoffentlich spawns gleich. Hast du dir einen N? Ja, einen iPhone 6. Eigentlich sollte es schon gehen, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Ich bin enttäuscht, ja. Jetzt hat es gespawnt. Passt. Gelb wäre, du läufst, oder? Ja, natürlich. Das ist endschwach. Ja. Ich mache auch bei Hohen. Ja. Wir stehen beide wo echt beschissen. Egal. Wir stehen ja nur noch eine Minute. Ich habe schon einmal mitten, äh, wo waren das? Vor dem Kanteplatz dieser Ring. Nee, oh mein Gott. Mittendrauf war ich da. Für ein Ratini gemacht. Echt jetzt? Der Kerl ist blockiert. Bus hat gerufen. Aber egal. Läuft. Habs. Mit dem machst du das Account Sharing? Äh, nur mein Cousin. Hast du nicht Angst, dass sie dich basteln? Nee. Die sind ja meine Accounts, beide. Und dann nur noch er. Das geht schon. Ja, zwei Accounts, die du auch noch haben. Und eine zweite, weißt du es was. Ja. Das weiß ich auch. Aber... Die ganzen YouTuber machen es ja glaube ich auch. Und... Also die amerikanischen, die ich gucke nicht. Ja, die haben so kleine Accounts erstellt. Aber die haben die ja nicht so krass gelevelt. Ja. Ben, Tim, Dings da und so. Echt oder was? Mhm. Weiß ich nicht. Ich hab extra noch ganz viele Smileys gemacht. Damit du denkst, ey. Der war wirklich so, heute ist bestimmt 100%ig. Und da dachte ich mir so, okay, keine Sprachnachricht. Ah, ah, jetzt weiß ich Bescheid, woher der Wind weht. Danke Michi. Ja, danke Michi, dann sieht dich. Ja, gerne. Bis morgen, denk ich. Röntgen machen wir so. Ja. Tschö. Pass auf. Aber sag nur, dass es geht. Ja. Bis morgen bitte zu schalten, damit ich weiß, wie es ist. Danke, tschau. Weiter. Ich hoffe. Bis später. Bis morgen. Tschö. Eine kleine spontane Tour. Einfach eine Zerrung gehalten worden. Eine Cognito, richtig krass. Und noch ein Navita. Schauen wir mal, was ich jetzt mache. Das war's. Kurze spontane Tour. Ganz nach dem Motto, das Leben ist eine Scanner Tour. Man muss immer bereit sein. Die Cognito, meiner Meinung nach nur noch das seltenste Pokémon bisher. Es wird zweimal gespawnt. Und das Traurige ist, für die Medaille braucht man 26 verschiedene. Mal schauen, wie lange das dauern wird. Zum Beispiel, also bestimmt das ganze Jahr. Wenn nicht sogar länger. Mal schauen, vielleicht kommt ein Event oder so. Ansonsten Michi der Kasse. Kasser Jäger. Ist immer unterwegs. Nächstes Mal sind wir mit dem wieder unterwegs. Bis dahin, schaut unsere anderen Videos an. Immer liken, subscribe und kommentieren. Checkt unsere Facebook Seite ab. Und vergesst nicht. Prokerminanziöse Business.